Hallo Minecraft, willkommen zu Minecraft Sky Factory. Heute mal alleine, ohne McQuisto, ohne Shadow TS. Ja, einfach, äh, weil ich vorproduzieren muss. Oho. Ähm, ich bin hier gerade im D-Dark, äh, ich war da vorhin schon mal. Ähm. Das Problem ist, ich bin vorhin gestorben. Hm, ich wusste nicht warum. Ich vermute, weil ich einfach zu viel im Dunkeln war, ja? Ähm. Oho. Fuck, Alter. Verpisst euch doch einfach. Das heißt, man muss hier, äh, genügend ausleuchten. Sonst wird man wohl sterben. Oh. Da habe ich wieder so viel Zeug. Da muss man gerade gleich das Jetpack. Das ist das erste Mal, dass ich im D-Dark bin. Ähm. Deshalb habe ich das gar nicht gewusst. Dass man, äh, an zu viel Dunkelheit hier sterben kann. Ich dachte, ich setze hier Fackeln zum Spaß. Ich bin eigentlich hier, weil ich, ähm, was Spezielles suche. Und zwar einen Zombie-Villager. In der Oberwelt habe ich vorhin probiert, ähm, welche zu erfarmen. Das hat nicht funktioniert. So. Einen Plan habe ich eigentlich nicht. Ich hatte nur gedacht, hier unten spawnen wahrscheinlich. Äh, einfach mehr... ...Zombies. Äh. In der Richtung. Und deshalb ist hier vielleicht die Chance, dass ich ein Erwisch, äh, größer... ...Also so ein, ähm, so ein Villager-Zombie... ...Da ist einer! Oder ist es eine Hexe? Ähm, welche Richtung? Diese Richtung. Oder ist es eine Hexe? Ich weiß es nicht. Ja, ist eine Hexe. Dann gehen wir wieder. Ähm. Na, die Hexe, äh, hat nicht wohl auf dem Schirm, oder? Nee. Ich hatte die Hoffnung, dass es einfacher ist. Au. Sollte mal was essen. Sonst bringen uns nämlich die 18 Herzen, die wir inzwischen haben, nichts. Ich glaube, in der Richtung war... Ja, da oben. In der Ausgang. Da fehlt ein Chunk. Scheiße. Ich habe immer noch keinen Villager-Zombie gesehen. Nicht, 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 nicht. Äh, mit damit. So. Schöne, wer ist es da? Ähm. So. Wir müssen irgendwie... Wow! Wow! Ey, was machst du denn? Hast du einen Arsch offen? Ey! Da ist zumindest schon mal ein Enderman. Das ist schon mal ganz nett. Da ist noch ein Enderman. Ich brauche da nur einen Zombie-Villager. Nur einen. Ja, ich will ja nicht viel. Warum hast du Caps Lock an? Ich will ja nicht viel. Das ist weg. Na, ich mühe mal weiter hier meine Kiste zu. Ist schon in Ordnung. Warum hauen die mich immer? Mann. Das war wieder ein typischer Shadow. Oh, gerade erst gemerkt. Hallo? Hat er Augen im Kopf, oder nicht? Ich sehe doch, wenn ich Caps anhabe. Meine Fresse. Au. Au. So, jetzt gehen wir mal... Äh, gucken wir mal, wo es zurückgeht, ja? Leider nicht erfolgreich. Ich brauche unbedingt einen Zombie-Villager. Ah! Was hat er denn hier? Ah, ne, das war ich ja da oben. Genau. Ich erinnere mich. So, ich habe einen Haufen Zeug eigentlich eingesammelt. Ich habe das mal irgendwo in irgendeine Kiste. Ähm, was ist das? Mieter. Okay. So, dann bringen wir mal Zeug zurück. Ich brauche einen Zombie-Villager, weil ich will ein Villager-Dorf sozusagen gründen. Also einfach ein paar Villager erschaffen. Wenn wir das einfach mal so benennen wollen. So, ich gucke mal gerade, ich habe irgendwo noch Rüstung. Ähm, ne, die gehört eigentlich nicht da hin. Hier war die Diamant-Rüstung. Ähm, was habe ich denn noch? Da fehlt doch noch ein Haufen. Habe ich die alle hier? Ähm, das... Ja, haben wir hier. So. So. Und dann den ganzen Scheiß können wir mal aufhängen. Den brauchen wir nicht. Da schleifen wir da so viel Zeug miteinander rum. Das ist das, was... Was mir Quisto immer, äh, nervt. Ähm, so, die Spitzagier haben wir mal da hin. Die Dia-Spitzagier haben wir vorhin gebraucht, um Obsidian abzubauen. Weil ich habe hinten den Monsterfall ein bisschen umgebaut. Ich habe die mal aus Obsidian gemacht. Ja, und das Jetpack lassen wir auch mal hier. Weil, äh, vielleicht brauchen wir das nochmal. So, Magnet. Bisschen, äh, Fackeln wäre ganz toll. Ah, da sind noch welche. Ich will nämlich nochmal in, äh, die Dark und gucken, ob ich das, ob ich jetzt ein paar finde. Aber diesmal mache ich mir ein paar mehr Fackeln. So. Die müssen aber reichen. Wieso ist das, äh, Calot Cobblestone? Na, weil der da ist. Was soll denn das für... Was ist denn das für eine Frage? Wir gucken nochmal in der Richtung machen wir, glaube ich, noch nicht. Hier. Und da ist das für ein paaraben, da ist es also, wie ein paar, wenn du den Boden gibt. Wir schauen mal. Das ist das für ein paar Bilder. Und da sind die Sagittagier. Insofern. Und da sind die Sagittagier. Oh. wir müssen weiter suchen natürlich muss man gleich auch mal stehen bleiben immer schön ausleuchten ich habe daraus gelernt ich habe daraus gelernt dass nicht allein die dunkelheit töten können so gucken wir mal was um uns herum passiert ich hätte die dings da mitnehmen sollen die tinkers brille dann hätte ich hätte ich den fokus gehabt ist ein bisschen mühselig aber in der oberwelt war es leider auch nicht einfacher ach da kommt er an ich weiß leider auch nicht ob die zombies auf dem ob man villager zombies ob die ein anderes gesicht haben das weiß ich gerade gar nicht weil dann könnte ich das ja einfacher erkennen ich würde mal gern noch irgendwo ein waypoint machen wenn ich wüsste wo ich wo ich hier wieder rauskomme toll wir haben die große tat vollbracht und sind ins die tag gegangen was hat denn der der sind ich haben das will ich haben aber ja bringen tut uns das jetzt nichts dass wir sind zumindest im moment noch nicht aber hier ist ich habe ich ein paar jank fehler immer wieder weil wir mal hier ein bisschen stehen da kommen zwar ein haufen zombies aber nicht die die wir brauchen villager zombies sind die mit einer dicken nase und so einen brauchen wir ja toll willst du die packen gleich wieder in die Luft jagen, die ich gerade platziert habe. Ich weiß wieder nicht mehr, wo es zurückgeht. Natürlich wieder ideal. Ah, hier. Dann machen wir hier nochmal eine andere Säule. Dann sollte man das auch von unten sehen. Ja, hier. Wie viel Leben haben die denn? Dunkelheit. Nicht. Ich hätte gern so einen Villager-Zombie. Und zwar Flott. Boah, hier gibt es ja doch Rohstoffe. Ich dachte schon, hier gibt es keine. Hier gibt es Rohstoffe? Und wir hätten nur am Anfang recht schnell ins Kieb da gehen müssen. Da gibt es... Da gibt es... Nein! Wie geil! Da gibt es die Schads. Aber ich muss hier stark aufs Ausleuchten achten. Äh, geil! Keine Schads mehr craften. Äh, geil! Keine Schads mehr craften. Boah! Fuck die Henne, Alter! Jetzt habe ich gerade ein bisschen Schiss bekommen. Ähm... Ja, das war's auch wieder von dieser Folge. Wir werden in der nächsten Folge hier ein Quarry aufstellen. Müssen wir erst noch craften, aber es soll ja kein Problem sein. Dann werden wir ja alles wegwerfen bis auf die Schads und Rohstoffe. Aber den Rest, den, äh, nehmen wir nicht mit. Ja? So! Und zurück. Hallo? Zurück in der Oberwelt. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Minecraft! So!